hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem let's play zu anno 2070 so leute wir hatten hier ölkatastrophe wir müssen zu den tags die sind die einzigen wo mir einfallen schmutzte küste wo hier dass die ölkatastrophe eingrenzen könnten aber ölkatastrophe auf einer insel ich finde hier nichts wie man das auf dem offenen meer wieder in den griff kriegt das ist unschön das haben wir ja schon probiert hier das ist ja nur für eine insel wenn eine insel bedroht wird das ist nicht schön 20.000 kostet die forschung soll man das mal machen die für 10.000 vom machen wir mal ja entwickle hier mal ok lassen wir das auch mal probieren so die muss ich geht gerade ab und ich weiß nicht warum ähm denen geht es alle einigermaßen gut getränke fehlen optimale forschungsbedingungen hier ähm text ähm zucker und kaffee ähm haben wir zucker und kaffee wo ist der zucker 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 ich finde den zucker nicht leute wo ist der zucker bin ich jetzt blöd so das gibt es doch nicht hier die weintrauben ich sehe alles aber kein zucker das schätzen sie dieses problem aus der welt woher komme ich überhaupt her wenn es dich nicht enttäuscht ja ja gewöhnlich ist doch ok jetzt ich brauche hier ich bin bei der richtigen insel ich bin bei den tex wir schauen noch mal Fisch Tee Spiritosen Bauzellen Kupfer Basalt und so hier Sushi blablabla Sand oh ihr schreit mich bestimmt schon an oder ich find's nicht Triffel wenn ich das bitte hier ist zucker wir haben zu wenig zucker ok dann haben wir hier die zucker plantagen haben wir nur eine zucker plantagen ne oder anscheinend doch ok das ändern wir natürlich sofort das wird sofort behoben dieser faux pas das geht hier gar nicht anders das ist hier ein faux pas meinerseits das muss man ja mal ganz ehrlich sagen ein zucker plantagen so haben wir noch eins brauchen wir gleich noch eins Waffe haben wir ja genug zack und die schnellstraße dafür so hier können sich auch noch kreuzen dann hoffen wir dass wir das in den Griff bekommen haben wie geht's denn unseren Tycoons hier ich glaub denen geht's am besten mit Nahrung haben wir ja schon hinbekommen ah ja stimmt Nahrung was hast du hinbekommen? gar nicht Burger Burger fehlen sogar hier an was fehlt bei der Burger? wahrscheinlich an der Endproduktion ne? das machen wir auch schnell wo machen wir das hin? wo machen wir das hin? und meine riesen Insel oder meine größten Insel denen geht's aber richtig gut dein Lifestyle aber ich hätte einige Verbesserungsrechnungen ach ja das waren ja die Service Boots Service Boots und die habe ja so viel gekostet Leute die will ich nicht machen brauchen wir das hier das ist nicht das Problem aber ich habe ja Mais, Have we not Aquafarben Aquafarm ist nicht das Problem Mais, mais Mais haben wir sind hier Mikrochips übrig Humpen Nein haben wir natürlich nicht haben wir natürlich nicht das ist nicht gut wir machen noch microchips firmen erst einmal wir machen ja so viel geld also das ist ja unglaublich sind ja reich ist ja der wahnsinn hier zwei stück hin geklatscht fast 2000 machen wir hier das ist gut unsere kriegslotte steht hier unser albatros steht mit unserem meteorflug einheit haben wir jetzt die zweite eigentlich schon gebaut ah ne wir haben noch nicht alles dafür warentepots übernehmen und ja die könnten wir auch brauchen ja ich weiß ich weiß aber das ärgert mich hier oben immer noch mit dem öl hier das ist unschön also bräuchten wir jetzt eigentlich im prinzip hier könnten wir mais abbauen wenn wir das auch noch woanders hier nicht auch nicht hier auch hier auch nicht aber wein können wir hier abbauen und zucker wein und zucker ist für die tycoons für champagner wenn ich mich nicht ganz irre ja oh leute wein und zucker stahl brauchen wir dafür ne beton und stahl dann schiffe komm mal mit holen wir das mal hier ab es wird jetzt einfacher sein die erst mal zufrieden zu stellen hm es ist natürlich nicht schön ist so viel arbeit das ist echt brutal was die alle wollen alles wolle mitbestimmung schaut euch den riesenglotz hier an wo soll ich denn hinstellen dass der effektiv ist wir können die nochmal abreißen die feuerwehr hier Achtung Produktionsstillstand Kerosinfabrik jetzt bis hier hinstellen das wäre wahrscheinlich am besten oder ich denke ja machen wir einfach mal ich habe in dieser stadt alles erreicht was ich mir erträumt habe ich habe in dieser stadt alles erreicht was ich mir erträumt habe ein burger wird immer weniger das gefällt mir nicht das ist das haben wir hier schon warum haben wir denn das schiff hier weiß ich nicht mehr wir laden hier erstmal kurz ein übungen 50 tonnen und ähm Stahl auch mhm wir können dann mal hier hinfahren aber jetzt muss man trotzdem erstmal schauen warum jetzt mit dem burger nicht mehr reicht Gewürze Gewürze mit ein Handelsroute Hier Hast du gewürzelt? Nein? Aber du wirst jetzt wahrscheinlich dahin fahren, ne? Ja, schätze ich mal... Achso, wir müssen ja wieder hier... Ne, hier haben wir alle... Hier auch? Wo hat er sich wieder eingekauft, dieser Soko? Hier war's... Abholen... Blöder... Er will immer unsere Inseln kaufen, das finde ich sehr, sehr unverschämt... Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen hier... Verschlechterung im Gesundheitszustand der Bevölkerung registriert... Ähm, haben wir hier irgendwo ein Krankenhaus? Hier... Och, nö, oder? Ach, das ist doch Bullshit, ey... Das passt... Okay... Dann bauen wir halt noch ein Krankenhaus... Haben hier sonst nichts zu tun... Okay, dann schauen wir jetzt hier mal nach... Wein... Aber warte... Moment... Wir bauen erstmal hier... So hier... Wir bauen erstmal die Insel, dass wir sie komplett benutzen können... Dann bauen wir hier unsere Markthäuser... Und jetzt... Lecker Wein... Wie viele? Äh... Sieben Felder... Okay... Ist das nicht immer mangelhaft bei uns? War doch irgendwie ein Problem damit, ne? So hier an... Echos... Zack... Einfach hier an den Rand geklatscht... Zufrieden... Und weiter geht's mit Champagner... Zeug... Dann können wir hier noch eins bauen... So... Die sind ja nicht breit, ne? Müsste passen... Passt... Okay... Dann haben wir zwei von Denner... Ähm... Dann bauen wir erstmal zwei Zuckerfarmen noch... Schauen mal... Entwarnung... Seuchengefahr eingedämmt... Wie es dann im Endeffekt... Ob das dann alles gelingt... So hier... Die Straßen nicht vergessen... Und... Zack... Champagnerfabrik... Moment... Müssen wir natürlich auch noch machen... Machen wir so... Dann können wir hier einige hinstellen... Wir bauen erstmal eine... Eine ist besser wie keine... Und... Wir werden sehen ob das reicht... Lassen wir sie erstmal herstellen... Ein wenig... Obwohl wir könnten auch gleich eine... Tour machen, ne? Neue Handelsroute... Von hier... Einladen... Ähm... Champagner... Na... Hier... Ausladen... Dun 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 dun... Wo ist heute Champagner? Da... Und... Schiff hinzufügen... Genau das hier... So... Und jetzt werden wir sehen ob das... Über kurz und lang reicht... Naja... Achtung... Produktionsstillstand... Das Sägewerk... Stellt wieder nichts her... Und für die hier... Will ich gar nicht weiter bauen... Und das ist... Aller komplizierteste... Was die wollen... Hier... Mal schauen... Die Tags hier... Die Kacke... Voll so kompliziert ist sie auch nicht, ne? Ist halt auch alles unter Wasser gemacht... Wäre aber... So... Hm... 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 Was brauchen wir hier noch? Noch 4 Minuten... 52... Okay... Hm... Warnung... Gesundheitszustand der Bevölkerung kritisch... Ja... Aber da haben wir jetzt wirklich ein Krankenhaus drin... Also bitte... Ich bitte euch... Hm... Hm... Spiel gespeichert... Ja... Es ist nicht so einfach hier... Wir sollten uns vielleicht mal auf eine Spezies hier... Interessanter Job... Mein Leben ist perfekt... Konzentrieren... Und die Hamburger gehen immer noch... Immer noch nach unten... Wegen Gewürzen... Äh... Welche Insel war das mit Gewürzen? Äh... Hier... Sonata... Okay... Wir schauen mal nach Sonata rüber... Was ist hier los? Ups... Will ich? Ne? Ach... Hier hinten sind Gewürze... Okay... Schauen wir doch mal... Können wir noch... Eine Gewürz... Plantage bauen... Das wäre sehr schön... Nein... Können wir nicht... Weil wir kein... Werkzeug mehr haben... Kannst du das hier abliefern? Ich weiß nicht mehr was wir das hier gehabt haben... Egal... Wir holen mal das Werkzeug hier rüber... Fahr nach Sonata... Und... Wir laden das da ab... Ganz ehrlich... Mehr Kraut ist schon vor dem Krieg... Leute... Guckt mal da unten hin... Ich sehe nur noch rote Punkte... Und der Soko wird auch immer stärker... Das ist auch nicht schön... Ohne mein Öl steht die Gang... Jaja... Aber wir werden ja sehen... Wir haben ja auch schon eine ganz... Nicht schlechte... Ein paar mehr hier können wir eigentlich noch... Und dann... Könnten wir noch was bauen... Da fehlt uns... Ein Punkt... Okay... 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 Ich brauche noch ein paar mehr... Ähm... Wie heißt das? Einwohner... Jetzt ist mir das Wort eingefallen... Oh jetzt... Manchmal ist es auch verhext... Na Leute... Manchmal ist es auch verhext... Zeig mal... Aha... Handelsroute 7... Ja das wird... Ja das ist die hier oben... Ja da... Ach du musst hier... Einladen bitte... Einladen bitte... Ah... Hab ich schon gesagt... Dass ich keine Haftung übernehme... Wenn ihr... Die Tischplatten... Zerkaut... Oder mit dem Kopf drauf schlagt... Pfff... Oh... Scheiße... Das tut... Hm... Haben wir denn überhaupt schon Champagner hier drin? Hm... Wir haben Trauben... Wir haben Zucker... Aber kein Champagner... Ja... Das ist ein bisschen blöd jetzt... Ne... Hier... Bitte... Beton... Und jetzt aber hier runter... Nochmal... Und wie sieht es mit unserer Forschung aus... Na hier... 40 Sekunden... Dann bin ich mal gespannt was uns das bringt... Selten ist das auf jeden Fall was wir jetzt machen... Ja... Hat auch 10.000 gekostet... Ne... Die Forschung... Achtung... Produktionsstillstand... Ja... Ist ja ok... Ich schaue hier grad... Irgendwie ist überall der Wurm drin grad... Weitere Formel verfügbar... So... Und das müsste jetzt doch hier drin sein, oder? Bei Items... Hm... Was auch immer uns das jetzt gebraucht hat... Ich bin mir unsicher... Aber... Gott... Ihr werdet sie mir bestimmt schreiben... Und wir bauen hier jetzt endlich unsere Gewürzfarben hier... Bauen sie so... Dann bauen wir hier noch eine... Und... Warnung... Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung... Geh mir nicht auf den Nerv... So hier... Ähm... Umwelt... Hier... Umwelt... Zack... Ja... War mir klar... Zack... Na... Jetzt dabei... Jetzt wieder alles gut... Jetzt wieder alles gut... Immer jetzt wieder gut... Hm... Hm... Wird denn jetzt Champagner hier... Hergestellt... Ja... Ganze zwei Flaschen... Oder zwei Tonnen... Ja... Fruchtbarkeit... Werte steigen... Hm... Hm... Wir brauchen wahrscheinlich noch viel mehr von allem hier... Aber das werden wir in der nächsten Folge angehen... Ich hoffe es hat euch gefallen... Bis zum nächsten Mal... Haut rein... Tschau!